Ja, als will Mr. DeSanta wieder von mir. Ich reite mit meinem Pferd einfach hier hoch. Wie? Mein Pferd kann keine Treppen. Was ist denn das für ein Rassismus hier? Scheißdreckweißer. Natürlich kann mein Pferd Treppen. Das ist das der Mann der Helden. Das ist der Mann, der hat uns gegen Reyes gegeben. Das Mann, der ich von Ihnen erzählt habe. Mein Freund, aus Mexiko. Hallo, Herr. Hallo, gringo. So, du bist der Bounty Hunter? Hast du dich noch nie gefunden? Nein, Herr. Ah, vielleicht kommen Sie mich an? Ihr Land liebt, aber es ist nicht so. Vielleicht, aber es ist nicht so. Ah, vielleicht sollte ich Sie mit einem Horsen und lassen Sie dich um die Stadt oder lassen Sie die Küche kämpfen? Dann sehen Sie, was Sie sagen. Ich würde das gleiche sagen. Ich bin hier für zwei Menschen in Justiz, nichts mehr. Ihr Politiker oder Ideen für entertainment sind nicht meine Worte. Ja, ich denke nicht. Aber sie sind für deine. Ich hoffe, dass ich mich in einer mehr Interessantie gefunden habe, als diese Brüche, die ich heute Abend gebracht habe. Ich frage Sie das, Herr. Sie wissen, was die Menschen, die ich für mich bin? Die Schule ist von dieser Provinz. Sein Vater war ein Borracho, ein Bruder, der Arbeit war, in der Land, die ich von meinem Bein. Die Menschen wie das sind natürliche für Reyes. Meine Leute haben hier gearbeitet und gearbeitet für 100 Jahre. Wir brachten die Bevölkerung. Und diese Leute, diese verdammelige Möge, despiert uns. Wir brachten sie Gott! Und sie haben ihre Brüche auf ihn. Jetzt bin ich, um sie zu helfen, um sie zu helfen, um sie zu helfen. Um sie zu helfen, Ich sehe in ihren Augen, dass sie mich töten würden, wenn sie sie können. Sie sind nur ein Tyrant. Das ist wie es. Diese Menschen brauchen einen Rulern. Na, entschuldig zu hören. Entschuldig? Warum entschuldig? Es ist eine Art der Menschheit. Eine Kampf zwischen zwei Worte. Es wird, es wird. Was wird, wird wird. Aber ich weiß eine Sache, Herr Marston. Die Worte. 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 Ich bin sicher. Jetzt. Vielleicht kannst du mir ein Worte während ich diese Menschen finden. Nachdem wir die Menschen finden, dann werde ich in eine Art der Möglichkeit ich kann. Sie sind in eine Art der Möglichkeit zu spätieren. Sie sind in eine Art der en Bedeutung. Sie sind in eine Art der en Bedeutung. Sie sind in eine Art der en Bedeutung. Sie sind dort und Sie können ihr ständig schützen. das kommt warum läuft in der andere richtung wir müssen ihm helfen damit er uns hilft anscheinend gut läuft irgendwie müssen wir schießen vermute ich den schon sieben die 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 Wir müssen ihn kontrollieren. Das ist das, was ein Leider muss tun. Und in case you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waiting a war on ignorance. And he's impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. We must hurry. You Americans think you can ride? Do you? Come on, I will race you there. Let's go! You can go on and out! Oh, that's right, that's right. You can go on and out! Mexikaner, eh? I'm going to get drunk and think he can go on ou what? Oh man, 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 man! With his flatulence he could actually fly again, but not! No, I can't go on. I.. I.. I've got the whole thing the deal of a lot of respect. Because I didn't have to go on. mir einfach nicht aufgepasst hat. Ich hatte noch gar nicht zugehört und hab auch nicht gelesen, was die gesagt haben. Ich hab mir irgendwas nachgedacht, so ein bisschen Brainer, wobei eigentlich auch nicht. Ich war einfach nur Brain-AfK. Und dann hab ich irgendwas mit Frauen gehört, dass er irgendwie ungeduldig kämpft und alle, die dummer sind, als er will er intelligent machen, was ja nicht schwer ist, weil er ist sehr dumm, der Typ. Oh shit, jetzt. Oh, 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 ich hab gewonnen. Vorsicht, ich muss mal anstrengen. Hier, bam, gewonnen. Da muss er sogar aus dem Weg springen, weil ich ein geiler Typ bin. Ich reite besser, äh, ich kämpfe besser als... Ach, keine Ahnung, ich bin besser als hier. Ah, ich hab ja gar keine Muni mehr. Das ist natürlich kack, ne? Ja, wen denn? Ach, da ist einer. Oh Gott, wo war ich gar nicht? Heu, 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 heu. Eieiei, Moment, Moment, ich bin tot. Fuck, okay. Jetzt war ich grad ein bisschen, äh, unterwältigt, nein, überwältigt von allem. So, Moment. Ab Checkpoint wieder holen, bitte. Ich wusste nicht mal, wie ich in Deckung gehen kann. Ich glaub, L1 5 oder so. Oder R1, ich weiß es nicht. Irgendwie kann man in Deckung gehen und dann kann man alle töten und dann ist es auch gut, weißt du? So, wo kann ich denn hier überhaupt in Deckung gehen? Ich gehe einfach hier in Deckung. Ah, schade, ich dachte, ich kann das mit zwei Dingen machen. Pachau! 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 Pan, pan! Heh? Hallo? Wien ist conmigo! Hallo? Non le va a passar nada! Daumm! So! Der Sombrero! Ist der weg! Wadah? Pachau! Oh, der Kondum... warte so die beiden sind auch weg vom fenstel nice so bist du einer von mir dann tödisch die schmammischen tot? ja ok nice oh god was mach ich da? oh du bist einer von uns ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne gehen weil ich brauche irgendwie munition und so man verdammt ah shit er ist doch gar nicht so einfach zu ziehen mit so einer schrotkante ok schließe die tore durch die santa was mach ich ich brauche nur munition aber die haben alle nur so das war's growing in that house over there remember nobody takes them before allende we did all this just to get women for allende no that's just a bonus this village is riddled with rebels make sure they don't have homes to come back to there are fire bottles over there use them to burn down some of these houses and what makes you think i'd do that tja hat die schnappte leider habe ich nie sehr viel wahl weil naja wie gesagt die soll mir helfen so ich weiß gar ja moment 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 wo ist mein waffenrad wo sind sie hier ist es das feuerflasche ich das hier kaputt machen anscheinend und das ja ich frage mich wie das funktioniert ist das nicht steinhäuser oder ist das so ist es gar kein nicht der stein es könnte sein krass vielleicht gar kein echter stein tja mr marston is not amused so wir werden aber mal kurz die karte ich bin auch hier in der nähe wenn jetzt mit zu landen rickets gehen aber alles mal so ein bisschen gemacht wo möchte man hier aber ich habe mega viel ruhe bekommen leiche könnte ich plündern mache ich aber nicht so okay ich kann mich schon noch ab zack zack ja nein so dumm ach du bist doch kacke mal hier das da hoch kletterst du über sprungst hier runter rufst du dein pferd was nicht doch es kommt wir laufen jetzt einfach schon mal ein bisschen vor ist mein pferd nee nee da ist es sehr gut ich dachte gerade das ist da drinnen das ist ein bisschen doof so dann gehen wir zu mr landen rickets ja haben wir nämlich für alle einmal was gemacht vielleicht gehe ich danach wieder zu luiza luiza fortuna und dann gucken wir mal weiter nicht wahr ich glaube das war jetzt die zweite mission für die santa wenn ich mich nicht ganz so täusche für mr rickets ich sage mal krieg jetzt vermisst der rickets haben wir schon zwei oder drei gemacht ich war da sind wir auf jeden fall ein bisschen vorn auf weil ich da zwei auf jeden fall hintereinander gemacht habe vielleicht auch drei und wir müssen ja unseren ziel mr es queller und mr williamson zu finden ein bisschen näher kommen deswegen müssen wir natürlich auch mit denen irgendwie kooperieren und den helfen aber erst mal nach chupa chups zurückgehen und dann mr rickets besuchen fährt du bleibst einfach hier stehen wenn einer kommt box ihn um alles klar glück in der liebe okay wenn du das sagst dann wird es so sein spiel danke le semmEL leyend ok hey mr marston how you keepin sir it's fine thank you you very well sir thank god my wife died unlucky and love lucky in cars flan champagne für alle. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so, I'm just gonna have a drink. Oh, come on, sit down. Sit down. Okay then, gentlemen. Hey. Na mach schon. Ach, guck mal, das ist sogar ein Deutscher. Na mach schon. Gut. Dann setzen wir mal einfach ein Huni, ist ja kein Problem. Ja, ja, wir überspringen ein bisschen dran. Wir haben ja schon mal Poker gespielt, wir machen ja alle kaputt, sowas haben wir auf der Hand. 5-2, 5-2, ja, würde ich sagen, mich weg, tschüss. Mit 5-2 bin ich nicht dabei. Ja, Müller gewinnt 25, er ist der große Held. Oh. Jackass. Ich geh einfach mal nur mit. No, thank you. Man ist mal ganz entspannt, ganz easy peasy. Heiße, okay, Müller, der Arsch geht raus. Ich geh einfach nur mit. Muss jetzt nicht unbedingt. Na, guck mal. Den Buben hab ich ja schon mal getroffen, das heißt, wir werden jetzt mal 15 setzen. Und der ist draußen, glaube ich, jawoll, 70 gewonnen. So, Müller, Knüller. Was sagst du dazu? Was sagst du? Buben, Du guck mal in mir. Du guck mal. Wie schade. Jetzt Herr Müller. Entfernen wir uns, es muss uns doch sein. Es ist doch ein Fehler. Seinen mein Tuflяниn hier ist ein schade. Easy there, Germany, calm yourself down. Oh yeah, you know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You, you planned the Disky Ricketts. Now why would I do that? I've already beaten you. Now calm down and let's finish the game. Hasn't I? No more cards game. Ease up there, friend. Did that escalate quickly? Once the other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Äh, warum ist das? Ja, wie... Alter, wie konnte das jetzt so schnell skalieren? Ich mein, wir haben ein bisschen... Hm, das Problem ist, ich hab halt absolut keine Ahnung. Müller-Milch. Der Mann ohne Namen, mit Hut, Waffe und anderen Sachen, alles klar. Das Problem ist, ich hab halt absolut keine Ahnung, was ich hier machen muss. Guck mal da, der macht auch mit. Weil ich würd jetzt ziehen, ganz ehrlich. Wie zieh ich? Ich weiß es nicht genau. Ab wann muss ich ziehen? Zieh! Und dann? Bam! Ich glaube, ich hab gewonnen. Ich glaube, der ist tot. Okay. Ich glaube, ich hab gewonnen. Yay! Erledigen Sie den Fremden, ohne die Geisel zu töten. Und er hat wieder keinen Namen mit Waffelhut und anderen Dingen. Alles klar, warum wollen die denn jetzt alle? Du, ey, machen die alle dumm, oder was? Halt die Schnauze. Muss ich konzentrieren hier. Ich muss da jetzt ein bisschen... Warte. Alter, ich konnte gar nichts machen. Was ist das für ein beschissener Scheiß-Scheiß-Scheiß-Pisskack-Pups? Ich konnte überhaupt nichts drücken. Das verstehe ich halt nicht. Gerade war es noch richtig, was ich gemacht habe. Jetzt ist es wieder falsch, was ich gemacht habe. Ich verstehe dieses System von Duellen einfach nicht. Ja, ja, halt die Klappe. Man kann es auch nicht überspringen. Das ist verdammt. Ach, er heißt Fremde Person. Das ist aber ein komischer Name. Das ist echt ein komischer Name. Ach, halt die Klappe. Kann ich hier so zwischen den Rock schießen in seine Nüsse? Das wäre witzig. Guck mal. Wow. Ja, ich glaube, ich habe daneben geschossen. Oh, ich so. Keine Ahnung. Passt auf. Ja, ja. Wo sind noch welche? Da ist noch einer. Keine Ahnung. Wie? Ich habe mich am Hut getroffen. Ja, natürlich sind die hier. Aber wo? Ach, da unten war ich. Wo ist der andere? Wo sind die... Da war einer. Ich habe keine Ahnung, was hier Happening ist, Junge. Happening. Wow. So. Ich habe zwar nach dem Duell jetzt geschossen, aber Mühe soll es ja da werden. Was ist jetzt los? Wo schießt du hin? Was wird sich los, ey? Ach, die Frau ist weg. Wo? Ja, wo denn? Was genau willst du? Ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Ja, wen denn? Hier ist doch gar keiner mehr, du Arsch. Ist der dumm? Hallo? Ah, ich glaube hier spackt gerade ein bisschen hoch. Ah, jetzt macht... Ne, äh, so. Äh. Alter, bist du irgendwie... Ähm. Alt, dumm und gammelig bist du. Alt, dumm und gammelig. Ganz ehrlich, jetzt... Ich weiß nicht, was der von mir will. Hm, kann ich rein zufällig sagen, ich möchte gerne laden will ich ja nicht. Ich... Nee, ich will aber nicht alles nochmal von vorne machen. Kann ich nicht einfach den letzten Checkpoint laden irgendwie? Alter, wie denn? Hier ist gar keiner mehr. Hier, brenn. Ja, dann mach doch mal irgendwas. Follow me am Arsch, ey. Guck mal, der versteckt sich die ganze Nähe. Ich weiß nicht, was der von mir will. Nee, wirklich. Mensch, fällt dir ja früh auf. Alter, sind wir in der Sack, ey. Eigentlich voll der Scheiß, wo so meine fucking... Ich hab ja was gewonnen. Ist das unglaublich, ne? Oh, warte mal, hier ist Fragezeichenmann. Wo ist der Fragezeichenmann? Moment, lass... Speicher, komm, schneller, 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 Speicher, bitte, danke.